Hallo meine smarten Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin es wieder Kai und ich stelle euch heute mal die etwas andere Smartwatch vor. Es ist kein richtiges Smartwatch, es ist eher eine Sportuhr. Es ist die Makibes G07, ein chinesischer Sportuhrenhersteller, der schon einige Jahre Erfahrung hat, wie ich finde. Die Ohren gibt es schon recht lange, also nicht diese, sondern andere Ohren. Die ist jetzt vielleicht schon anderthalb Jahre auf dem Markt und ich bin von dieser Ohr begeistert, weil sie etwas anderes ist. Sie ist nicht so überladen mit Farbdisplay und übelst vielen Smartwatch-Funktionen, die die Akkulaufzeit schlürfen, sondern sie ist eher an die Sportler gerichtet, an die Kletterer, Schwimmer, an euch, die einfach Akkulaufzeit wollen, die eine einfache Oberfläche wollen, die einen großen Auswertungs-Funktionsumfang wollen, den halt eine Smartwatch nicht bietet, sondern eher eine Sportuhr. Genau, wo fange ich denn an? Ich packe mit euch das Ding mal aus, nachdem ich mit euch die Verpackung angeguckt habe. Also, es ist eine schlichte Verpackung rundherum. Zeit, Rennen, Laufen, Fahrradfahren und mehr kannst du damit machen. Hat die Zertifizierungen, also für den europäischen Markt zugelassen. Die smarte Sportuhr, ja, Sports Healthy Life begins. Genau, also nicht anzünden, nicht im Kreis drehen. Ja, kein Müll machen. Ja, super, was ist noch drauf? Auf der anderen Seite ist wieder das Gleiche. Gut, und vorne die Verpackung. So, es hat ein wunderschönes Band drum, schöne Verpackung, nochmal GPS. Also, ihr seht, es hat GPS. Es ist eine smarte Sportuhr. Das New könnt ihr streichen, das ist nur die Verpackung. Und so neu ist das Ding gar nicht mehr. Ihr öffnet das Ding, Plastik, habt im Lieferumfang ein Ladekabel. Also, verliert das Ladekabel nicht. Ich habe nachgeguckt, das kriegt ihr ganz schlecht nachzukaufen. Es hat zwei Pins, einen dicken, fetten Magneten, der hält die Uhr bombenfest. Genau, also seht schon von den Kontakten her, also Daten übertragen an den Rechner ist nicht. Ich bekomme mal die Uhr aus. Jetzt habe ich die Beleuchtung angemacht. Die Uhr kommt daher. Die ist recht massiv mit 80 Gramm. Ist fünf Zentimeter in der Diagonale, also die Außenecken. Na ja, ihr seht schon, hat es schon mal benutzt. Also fünf Zentimeter da und da oben. Durch die Befestigungen ist es natürlich oben ein bisschen länger. Aber so von der Lunette her sind das 15 Millimeter. In der Dicke sind es etwa 16 Millimeter. Das ist schon ein Brummer. Also zu vergleichen mit der Phoenix 5 Plus, also so eine fette Uhr. Aber ihr kriegt ordentlich was dafür. Ihr habt hier Plastik, Hartplastik und hier oben die Lunette ist aus Aluminium. Das sieht wirklich sehr wertig aus. Ist natürlich eine dicke, fette Uhr. Also wenn ihr euch dem Bewusstsein, dass das eine sehr massive Uhr ist. Der mal knet. Hält. Wenn er rangeht. Na, der Vorführeffekt. Kennt ihr das? Ja. Ich glaube, ich habe es zu schmutzig gemacht. Naja. Genau. Also normal verhältspombenfest, wenn ihr das Ding ladet oder euch das mal, ja, ihr das irgendwo auf die Schräge legt. Genau. Das ist eure Uhr. Ihr habt einen Herzfrequenzmesser auf der Rückseite. Einen optischen. Kein Blutdruck, nur Herzfrequenzmesser. Der ist recht genau. Also da habe ich keine Probleme. Die Knöpfe sind aus Aluminium. Obwohl... Ne, doch, war recht fest. Genau. Vom Preis her kriegt ihr die, jetzt gucke ich nochmal ganz schnell nach, ihr kriegt die etwa für 70 bis 100 Euro. Je nachdem, wo ihr kauft. Wenn ihr es in Deutschland kauft, habt ihr natürlich noch mehr Reststeuer und alles drauf. Dann seid ihr schon bei knapp über 100 Euro. Aber ansonsten bei Geekbuying und AliExpress kriegt ihr das Ding schon für 80, 90 Dollar. Ihr müsst es aber importieren. Es gibt einige... Im EU-Warehouse kriegt ihr das Ding schon für 90 Euro. Das kommt dann aus Europa, ist schneller da. Aber wenn ihr das aus China bestellt, seid ihr mit 80 Dollar dabei. Genau. Die Links packe ich euch mal unten rein, wo ihr das kaufen könnt. Auch zu Deutschen. Genau. Was gibt es dazu noch zu sagen? Die Uhr richtet sich wirklich an Sportler. Ihr seht schon, Sportarmband stark. Aber noch... Aber wenn ihr in die Berge klettern wollt, oder wenn ihr gerne draußen seid, oder jetzt in die Läupe geht, und so weiter, da ist das eine sehr massive, gute Uhr. Aber die Uhr hat ein Feature. Sie ist auch für Taucher. Taucheruhren sind eh etwas größer, weil sie noch den Wasserdruck und alles messen müssen. Das kann die Uhr auch. Für den Preis. Genau. Das ist Metall. Das Schließe ist Metall. Ihr habt hier die Halterungen. Ihr habt sie nicht mit einer Noppe drin, dass das hält, sondern... Ich muss euch sagen, auch durch diese Notches hier ist das so, dass das richtig, richtig gut hält. Dass es nicht rausrutscht, wenn ihr das tragt. Genau. Das ist ein Band, was ihr wechseln könnt. Ich glaube, 22 Millimeter müsste das sein. Also ihr könnt jedes Standardband dran machen. Die Uhr sieht wirklich... Es ist halt eine Sportuhr. Das merkt man auch. Und euch durch diese Abrundung hier ist das wirklich... Es ist bequem. Sehr bequem, die Uhr zu tragen. Ihr habt fünf haptische Knöpfe. Und ihr habt einen Standardbildschirm. Den könnt ihr nicht abändern. Der ist immer so. Es zeigt euch die digitale Uhrzeit an. Es zeigt euch in Englisch das Datum an. Es ist jetzt gerade Donnerstag, der 14.02. Ihr habt die Temperatur. Der Temperaturmesser ist hier drin. Das heißt, ich glaube, hier irgendwo war das. Und das heißt, ihr messt eure Temperatur auf der Haut. Also in dem Zwischenraum zwischen Uhr und Haut. Das ist nie wirklich genau. Wenn ihr damit tauchen geht, habt ihr natürlich einen Neoprenanzug dazwischen. Dann messt es die Wassertemperatur, weil der Neoprenanzug schön isoliert. Ihr habt hier die Luftdruck. Also ihr habt einen Barometer eingebaut. Ihr könnt den Luftdruck messen. Ihr habt einen Höhenmesser eingebaut. Das heißt, das interpoliert natürlich immer ein bisschen mit dem Luftdruck. Ihr habt jetzt hier 221 Höhenmeter. Ihr habt die Schritte, die es zählt. 32. Bei den Schritten ist gesagt, es misst auch mal Schritte, wenn ihr euch einfach nur, ja sag ich mal, abwascht. Also es ist nicht hundertprozentig genau. Aber beim Laufen bewegt ihr euch eh oder beim Sport. Deswegen, da ist es genau. Auch wenn ihr klettert, das misst nichts. Zumindest auf dem Klettergerüst. Mehr habe ich nicht ausprobiert. Genau. Ihr habt hier die Etagen. Wie viele Etagen seid ihr schon gelaufen? Ihr, was habt ihr noch Schönes dran? Ihr habt einen tollen Funktionsumfang. Ich fange mal ganz einfach an. Ihr, das Sportmenü mache ich ganz zuletzt, weil das ist was ganz Spezielles. Das haben die richtig schön aufgearbeitet. Ich gehe mal ganz schnell durch. Ihr habt hier einen Knopf fürs Licht. Ihr seht es vielleicht. Ich mache es mal kurz an jetzt. Vielleicht seht ihr es. Ne, also es ist wirklich ein helles Licht. Ihr bleibt lange auf dem Backbutton drauf. Lasst den los. Dann kommt ihr in euer Menü, wo ihr eure Daten abrufen könnt. Die Daten habt ihr hier eure Liste, was ihr schon alles gemacht habt, was ihr für Ziele erreicht habt. Das gleiche jetzt für Gehen, Laufen, Klettern, Radfahren, Schwimmen, Schnorcheln, Fußballspielen. Und hier könnt ihr eure Inaktivitätszeiten anzeigen lassen. Genau. Dann könnt ihr hier eure Schlafzeiten anzeigen lassen, aufgelistet mit, ja. So. Dann habt ihr hier eure Anzeige für die Herzfrequenzmessung. So, wo ist es denn? Ihr könnt ja einen Herzfrequenz, einen Alarm festlegen, wann, ja, wenn euch die Uhr sagen sollte, ey Leute, euer Blutdruck, euer, ja, euer Puls geht gerade in den Keller. Mach mal was. Oder alarmier mal. So, das war's. Und Einstellungen. Das ist noch wichtig. Ihr könnt einstellen. Ihr habt GPS. GPS ist gerade aus. Ihr könnt es auch wieder anschalten, dass es dauerhaft an ist. Ihr habt euren, ja, euren Ton. Das heißt, die Uhr hat einen Lautsprecher eingebaut. Ihr hört's. Es piept. Also bei jedem Tastendruck piept das dann. Und auch Alarme bei Sport piepen dann. Ihr könnt hier einen Wecker einstellen. Genau. So, ein Kalender. Ihr könnt euer Datum einstellen. Ihr könnt die Uhrzeit verstellen. Ihr könnt den Kontrast hochstellen. Ich hab's gerade relativ hoch. Ich glaub, bis 20 müsste es gehen. Nee, bis 19. Wenn man die 0 mitrechnet, sind das 20 Stellen. Dann könnt ihr hier eure Person einstellen. Ja, was ihr so für euch einstellen wollt. Seid ihr männlich, weiblich? Diverses gibt's hier nicht. Ähm, genau. Zurücksetzen, neu starten habt ihr auch. Und die Information über die Uhr, ob die Software aktuell ist. So, das sei dazu gesagt. Und wie gehen wir mal weiter? Ihr habt noch ein Widget-Menü, in dem ihr einfach, wie bei der Garmin-Uhr, hier durch euer Down- und Up drückt. Das heißt, hier habt ihr eure groben Funktionen. Wie viel Meter seid ihr schon gelaufen? Wie viele Schritte habt ihr dabei gemacht? Und wie viele Kilokalorien habt ihr verbrannt? Und ihr habt hier auch noch eine weitere Anzeige, wie viele Schritte ihr gemacht habt. Also, das ist ein Widget. Wie bei Garmin, wer's kennt. Ihr habt hier eure Herzfrequenz-Messung, die halt über 24 Stunden am Tag kontinuierlich eure Herzfrequenz misst und in einer Tabelle aufzeichnet. Das, genau. Jetzt gehen wir mal wieder zurück. Herzfrequenz. Dann habt ihr hier die Temperatur, die die Uhr misst, über 24 Stunden. Ihr habt hier euren Barometer, was über 24 Stunden euch exakt das anzeigt. Das ist vielleicht für Wettervorhersagen, wenn ihr irgendwo draußen unterwegs seid, zeltet oder irgendwas anderes draußen macht. Das ist vielleicht ganz wichtig. Ihr habt die Höhenmeter, die ihr zurückgelegt habt, über 24 Stunden. Das ist auch richtig gut, die Anzeige. Genau. Ihr habt hier die Allgemeinhöhenmeter, die ihr so geschafft habt an dem Tag. Ihr habt Informationen wieder. Genau, das war's. Mehr hat die Uhr nicht an Widgets. Ihr könnt auch wirklich keine hinzufügen. Das sind alle Widgets, die ihr habt. So, dann gehen wir mal ins Sportmenü. Einmal draufdrücken. Und ihr könnt gehen, spazieren gehen, angestrengt wandern. Genau, das habt ihr hier. In dieser Anzeige, ihr habt immer vorgefertigte Anzeigen, wenn ihr das habt. Das heißt, ihr habt jetzt hier oben eure Herzfrequenzbereiche. In welchen Effektivitätsbereiche, in welchen Effektivitätsbereiche ihr gerade Zeit. Also hier, was hat die Uhr alles angegeben? Also, jeder legt es anders fest. Ich lege meine immer in Dreierschritten fest. Für mich gibt es drei Sachen, wo ich drin sein will. Das ist auf Englisch, will ich haben. Und die Uhr, wenn ich das richtig sehe, hat, genau. Sie hat eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Bereiche. Also, wenn gar nichts leuchtet, habt ihr sozusagen den Aufwärmbereich. Dann habt ihr das Worm-Up. Also, der Aufwärmbereich, wo ihr euch langsam warm macht. Also, was bei mir immer nochmal ein paar Sport vorher ist und Bewegungen und Dehnungen. Und dann habt ihr den Fettverbrennungsbereich. Der ist hier bis zum zweiten Strich. Und ihr habt eure, ja, wie sage ich es jetzt? Der anaerobe Bereich fängt erst hier hinten an mit dem letzten Strich. Also, es ist ein bisschen grob, die Aufteilung, wie die das gemacht haben. Aber das Beste, wenn ihr wirklich ein Ausdauertraining machen wollt, ist, wenn ihr euch bis maximal zum dritten bewegt. Ab dem vierten geht es dann schon darüber, dass ihr wirklich muskelschädigend arbeitet und anaerob arbeitet. So ist der Bereich hier festgelegt. Aber wenn ihr die Anleitung habt, ich zeige euch das jetzt nochmal. So, habt ihr auch hier nochmal die Tabelle, wo die euch die Herzfrequenzbereiche vorgeben. Ihr könnt jetzt nicht die einzelnen Herzfrequenzbereiche festlegen. Die sind schon festgelegt. Ihr gebt euren maximalen Herzfrequenzbereich ein. Und ich glaube, bei mir war das die Formel 210 plus Alter minus... Ja, also, da gibt es Frummeln. Ihr müsst doch mal googeln. Dann könnt ihr euren maximalen Herzfrequenzbereich machen. Könnt ihr auch unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr es gerade noch wisst. Ich habe es schon wieder vergessen. Ich habe meinen Wert. Genau. Also, ihr habt hier eure Herzfrequenz gerade. Ich habe meinen Finger dran. Das misst an meinem Finger. Ihr habt hier eure zurückgelegten Meter. Ihr habt hier eure Zeit, die ihr lauft. Dann drückt ihr nach unten. Und habt hier eure Schritte. Verbrannte Kalorien. Und wieder die Zeit. Und dieser Herzfrequenzbereich, gerade für Sportler, der ist ganz wichtig. Also, mit dem trainiere ich auch sehr gerne. Und der ist ganz oben. Dann habt ihr hier noch eure... Ähm... Moment. Ach ja, genau. Das ist fürs Gehen. Fürs Gehen war das... Ja. Das weiß ich gerade nicht. Da muss ich nachgucken. Haha. Da könnt ihr auch nachgucken. Super. Also, und dann, wenn ihr starten wollt, drückt ihr einfach hier drauf. Und dann seht ihr schon Start. Das Ding besitzt auch eine Autopause. Muss ich dazu noch sagen. Und dann findet es langsam das GPS. Das seht ihr auch, wenn ihr dann hier hingeht. Ich habe es ausgeschaltet. So, wo ist es denn? Hier macht ihr die runden Zeiten. Genau. Und dann mache ich Stop. Und gehe wieder raus. Lange draufdrücken. Loslassen. Und verwerfen. So, dann gehen wir mal weiter. Was gibt es denn noch? Rennen. Rennen ist wieder ganz anders. Ihr habt all die Informationen, die ihr braucht. Also, hier findet ihr jetzt gerade das GPS. Eure Herzfrequenz. Eure zurückgelegten Meter. Wieder die Herzfrequenzbereiche. Und ihr habt hier wieder die Zeit. Und klickt ihr wieder durch. Die Schritte, die verbrannten Kalorien. Der Rest bleibt. Und hier habt ihr eure Geschwindigkeit auf einen Kilometer gerechnet. und eure Pace auf einen Kilometer gerechnet. Genau. Hier findet es gerade das GPS und der Akku ist bald leer. Ich mache mal ein bisschen schneller. Ihr habt hier noch Klettern. Klettern ist auch wieder angepasst. Ihr habt wieder eure Herzfrequenz. Der Rest ist wieder gleich. Oben und unten. Ihr habt eure Höhenmeter. Ihr habt eure zurückgelegten Höhenmeter. Also an Null. Wenn ihr startet, wird es auf Null ausgerichtet. Und ich wackele schon. Das macht Zentimeter rund runter. Das ist ja Wahnsinn. Da seht ihr auch gleich die Abweichung. Etwa so einen halben Meter. Das war gerade ein Meter. Das ist krass. Und ihr habt hier den Luftdruck. Ihr habt wieder die Schritte und Kalorien. Ihr habt wieder euer Ziel erreicht. Das könnt ihr, glaube ich, vorher festlegen. Und genau. So. Gehen wir wieder raus. Ihr habt Radfahren. Radfahren ist auch wieder angepasst. Eure Geschwindigkeit und die Pace. Und verbrannte Kalorien. Genau. Also das gucken wir nochmal nach. So. Das ist ein bisschen. Schwimmen. Habt ihr auch wieder. Euer Herzfrequenzbereich. Der ist eh beim Schwimmen. Darauf könnt ihr nicht achten. Ihr habt die Uhr. Ihr habt Wasser dazwischen. Das ist nicht genau. Ihr könnt keinen Brustgurt koppeln. Und ihr habt hier eure verbrannten Kalorien. Genau. Die Distanz links, rechts. Also die Paces. Ne, nicht Paces. Eure Rundenzeiten. Zurückgelegten Schwimmmeter. Habt ihr auch noch. Schnorcheln. Schnorcheln ist interessant, weil ihr habt hier die Wassertemperatur und ihr habt hier die Tiefenmeter angezeigt. Wieder die Tiefenmeter und die Herzfrequenz. Und das war's. Dann habt ihr Fußball. Fußball, Herzfrequenz, verbrannte Kalorien. Das war's. Dann habt ihr noch eine normale Stoppuhr mit und der Satz gestartet. Bla, bub, 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 bub. Mit den Rundenzeiten. Sehr schön aufgelistet. Stopp. Lange draufbleiben. Und dann sind wir wieder am Anfang. Das ist alles bei der Uhr. Also, wie gesagt, es ist, es zeigt euch auch Smart Notifications an, wenn ihr etwas bekommt. Aber es ist wirklich nur die Anzeige. Ihr könnt jetzt nichts beantworten oder machen. Das funktioniert nicht. Ich zeige euch nochmal ganz kurz das App. Also, App. Ihr installiert das App. Ihr habt in eurem Heft einen QR-Code. Den scannt ihr einfach ab. Der ist bei Android und Apple das gleiche. Ihr habt eure Statusanzeige von dem Tag. Mit eurer 24-Stunden-Anzeige. Hier unten die Schritte, Schlafen, Herzfrequenz. Das war's hier. Dann habt ihr ein zweites Fenster, Aktivitäten. Die listet es euch auf in einem Registerkartenformat. Da habt ihr dann auch noch die kleinen Karten dazu angezeigt. Ihr habt den Kalender mit den Aktivitäten, so wie ihr es von den Garmin-Geräten kennt. Dann ist dann hier aufgelistet, was ihr gemacht habt an dem Tag. Euer Gerät. Könnt ihr hier Benachrichtigungen an- und ausschalten. Da wird grün. Die Einheiten könnt ihr von metrisch auf imperialistisch setzen. Die Herzfrequenz und Handgelenk. Welches? Links, rechts. Ja, ist nicht näher definiert, was links, rechts ist. Den smarten Wecker ist auch sehr witzig. Ihr macht hier einen Wecker. Und das haben eigentlich viele moderne Ohren gar nicht mehr. Das ist, dass es an euren Schlafrhythmus anpasst, den Wecker. Das ist 10 Minuten früher, 10 Minuten später weckt. Ihr habt hier eine Inaktivitätsbenachrichtigung. Das ist euch meldet. Ihr seid jetzt eine Stunde nicht, habt euch nicht bewegt. Steht mal auf. Bildschirmschonerzeit ist 5 Sekunden. Das ist dann die Zeit, wo das wieder ausschält, wo das wieder zurückschält in diesen Modus hier, in diese Anzeige. Ihr habt die Datensynchronisation. Die könnt ihr dann starten und dann synchronisiert ist die Daten. Ihr könnt die entkoppeln. Armbanddaten völlig löschen, also zurücksetzen und die App-Daten löschen. Ihr habt hier noch euer Profil, was ihr einrichten könnt. Das war's. Das war's zu der Uhr. Also, überlegt euch einen Kauf. Also, für Sportler lohnt es sich. Und für Smartwatch-Liebhaber eher nicht. Also, viel Spaß.